Die Vorsitzende des Nobelpreiskomitees Berit Reis-Andersen, VLNR, übergibt den Preis an die Hiroshima-Überlebende Setsuko Törlo und Izean-Direktorin Beatrice Finn. Foto Reuters der Nobelpreis für die internationalen Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen ist ein Zeichen gegen die Politik der kleinen Schritte. Ein Kommentar Am Sonntag wurde der internationalen Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen, Izean, in Oslo der Friedensnobelpreis verliehen. Das Netzwerk hat es geschafft, 122 Staaten dazu zu bringen, sich im Juli vertraglich auf ein Verbot von Atomwaffen zu einigen. Doch der Preis, das macht das Nobelpreiskomitee in seiner Begründung klar, ist weniger gedacht als Würdigung dieser Leistung denn vielmehr als Mahnung, den Kampf gegen Atomwaffen nicht aufzugeben, eine Mahnung besonders an die neuen Staaten, die Atomwaffen besitzen, und ihre engsten Verbündeten, darunter Deutschland. Sie alle haben den Atomwaffenverbotsvertrag nicht unterzeichnet. Die Mahnung ergeht zu einem kritischen Zeitpunkt. Der Abbau der Bestände atomarer Waffen hat sich nach Ansicht der Beobachter des Friedensforschungsinstituts CIPRI deutlich verlangsamt. In allen neuen Atommächten läuft stattdessen die Modernisierung der Arsenale. Einige Konflikte spitzen sich gerade kräftig zu, nicht nur in Nordkorea, sondern in der unmittelbaren geopolitischen Nähe Europas. Am Freitag jährte sich die Unterzeichnung des Vertrags über die Vernichtung nuklearer Mittelstreckensysteme, des ENF-Vertrags, zum 30. Mal doch um die Einhaltung dieses wichtigen Vertrags ist es nicht gut bestellt, folgt man der Lissart der USA. Seit 2014 werfen sie Russland vor, solche Waffen wieder zu entwickeln, zu testen und zu stationieren. Nun erhöhen die Amerikaner den Druck auf die NATO-Partner, eine einheitliche und vor allem härtere Linie gegen Russland zu fahren. Außenpolitische Falken in den USA fordern sogar, als Reaktion auf die Vertragsbrüchigkeit Russlands atomar, bestückbare Marschflugkörper in Europa zu stationieren. Außenminister Sigmar Gabriel sagte am vergangenen Dienstag, wir könnten unmittelbar vor der Gefahr eines erneuten, auch nuklearen Wettrüstens mitten in Europa stehen. Das klingt dramatisch. Doch so besorgniserregend die Situation ist, im Moment scheint es nicht so, als stünden die Amerikaner kurz davor, die Deutschen zu bitten, atomare Mittelstreckenraketen auf der Luftwaffenbasis Büchel an der Mosel zu stationieren, wo bis heute amerikanische Atomwaffen lagern. Im Konflikt mit Nordkorea tritt Donald Trump großspurig auf in dieser Krise, hält er sich zurück. Die amerikanischen Falken scheinen bislang nicht tonangebend. Die Erklärung, mit der das US-Außenministerium am Freitag russische Verstöße verurteilte, war ausgesprochen umsichtig formuliert. Jeder zweite Satz verwies auf einen Ausweg Richtung Normalität. Das Ziel scheint es zunächst zu sein, die europäischen Partner zu einer hart formulierten Erklärung gegen Russland zu nötigen. Medienberichten zufolge hat Trump außerdem Sanktionen gegen russische Unternehmen bewilligt, die sich an den Entwicklungsprojekten beteiligen. Deutsche und Europäer scheinen es als ihre Aufgabe zu sehen, diese Vorsicht zu stärken.